Also ich hatte ja mehrere Westen. Meine erste Weste war selbst gemalt von einem Kumpel von mir mit irgendeinem schwarzen Stift. Eddie von Alameden drauf, Motorhead so drauf, aber alles halt per Hand gemalt. Das war meine erste Weste, die ich hatte. Das war dann auch schon, wo ich versucht habe, aufnäher zu kriechen, das war ganz schwierig. Dann habe ich von einem Kumpel eine Weste bekommen, die hat er von seiner damaligen Freundin sticken lassen. Judas Priest, Motorhead, alles bestickt gewesen, richtig toll. Und die habe ich für lau damals von ihm bekommen und war ich total glücklich, weil die total cool war. Ich war dann, wie ich mit meinen Eltern das zweite Mal in Ungarn war, dann habe ich mir dann dort Aufnäher schon gekauft, Niedenkörtel gekauft. Aber in der Zeit bis dorthin habe ich zum Beispiel selber diese Aufnäher gemalt. Ich habe zum Beispiel, meine Oma hat mir aus dem Westen mitgebracht, eine Platte von der Strudgen. Und die habe ich abgemalt, das Cover, als Rückenaufnäher für meine Weste. Und habe das auch nochmal für einen Kumpel gemalt. Und dann habe ich mit Siebdruck zum Beispiel Sodom Aufnäher gemacht oder Halloween selber gemalt. Also man hat sich dann halt auch künstlerisch daran selber verwirklicht. Weil es ging ja nicht anders. Also aus Zeitungsausschnitten, die man hatte, zum Beispiel von der Bravo. Meine Oma hat mir immer Zeitungsausschnitte mitgebracht. Und wenn dann Metaller drauf waren und dann hat man das versucht eben so nachzumachen oder diese Logos nachzumachen. Ansonsten war schwer, da was zu bekommen. Mein Vater zum Beispiel, der hat ja beim Simson gearbeitet in Suhl. Und der hat mir Nieden mitgebracht. Und dann habe ich mir mein Niedenarmband selber genäht. Habe mir vom Schuster einen Reißverschluss in ein Stück Leder reinnähen lassen. Und habe mir da selber die Stacheln von den Nieden dadurch gemacht. Und mit Heftpflaster dagegen geklebt, dass die Nieden nicht rausfallen. Und ja, lauter solche Sachen eben. Oder ein Kumpel hat zum Beispiel Pyramiden-Nieden selber gemacht. Das Stück 1 Mark oder 50 Pfennig damals. Also wer da was konnte, der hat sich da sogar ein bisschen sein Geld mitverdient. Und T-Shirts zum Beispiel gab es auf dem kalten Markt, hieß das, in der Rhön bei uns. Da konnte man selbst gedruckte T-Shirts kaufen. Da habe ich zum Beispiel mein erstes Creator-T-Shirt dort gekauft. Ein weißes T-Shirt mit einfach einem schwarzen Creator drauf. Und so ist man halt so an den Sachen gekommen. Also entweder hat man sich selber was zurecht gebastelt. Oder man kannte jemanden, der was hatte. Das war so die einzige Möglichkeit. Oder eben in Ungarn, dann konnte man, wer das Glück hatte, nach Ungarn zu fahren oder dahin zu kommen, da konnte man sich natürlich auch eindecken.